schwer so richtig dran fahren ich finde die stachen sollten einen meter lang sein was ist das wenn ich den laden oder ich erwarte neues ich habe es uns mal 5.000 wasser chart ich glaube den laden kenne ich mich auch scheiße der war schlägt mich zurück bereden steampunk ich bin kurz davor mir dazu holen das lustig aussieht da hole ich mir so richtig pink ich mega verpinkte dinge richtig geil so über körper was neues kaufen aber der bh ist nötig wenn sie sonnen nicht blenden weil mein zimmer war nicht so nervig mich mit spien hat ihn gestellt so dass er so das ist ein emu laden dann schon ich ja noch scheiße genau wie den fast jeden laden vielleicht nicht mehr dann schauen weil ich das team ist ob das falsch trench co dasselbe nicht na ja alles hat selber war nun ist ja auch nichts gutes was mir anziehen könnte wer das hier bin ich ganz geil ja komm nämlich das manchmal noch pink kaufen ja die kette die ich habe rucksack ja ich nehme im laden er war so unterkörper taben ihn da weil ich so ekelhaft ist das denn ja 100 pro euro laden so klar ist komplett schwarz nur hier so brau die als behindert ausfindig marschlassig schuhe familien da baustür schwarzschuhe sicherlich gut also bei der einzigen lade die ich finde es ein billiger ebola öde sehe ich nur noch an schuhe von der hand hände so ne das team hat nur einer aber irgendwie gefallen mir die sachen nicht so ja auf 14 sehr lächerlich gott sieht das lächerlich aus das sieht nur lustig aus ne das war er hat nämlich matrix so kleiderschrank an der marke das ist auch geld hätte welchen laden kaufen aber so jetzt können wir schauen ob wir noch ein paar andere läden finden einen haben wir ja schon mal gefunden so aber geld geile nachher 15.000 was 15.000 reicher so hat dann hier die geschäft nachher 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 wenn ich in der reingetan hat ein autogramm kriegt er ich habe die füße weggeräumt ja so richtig behindert darf die nicht mal anfahren wohl hat dazugehört was das jetzt wieder und ich dachte bei geschäfte steht da keine werkstätte und so naja egal von mal hierhin also okay so 99 scheiße bin ich in den reingefahren ich glaube da explodiert jeder wenn ich mit so ja geil ich bin das weiß meine carissa verpenetriert nächsten planet saints auch hatten schon alles ich mache das jetzt hier alles nur um herauszufinden ob es noch ein paar andere läden gibt bis jetzt so gefallen mir die sachen zwar schon die die ganz andere war es geht besser aber richtig viele arschgeigen oh geil und viel schuss weil die ich glaube ich mache die platt mit dem penetrator oder nicht oder nicht oder nicht leck mich am der mich dann weggetreten so jetzt muss man eine waffe finden gott leck mich habe ich gar keinen bock drauf ich verpiss mich jetzt nein steig ein blöde co so sind die reifen denn soll schnell weg hier vor dem ich töten ja so ich nie lang fahren der polizei werden nicht recht in einer von euch jedenfalls habe ich ein auto ja nicht schon wieder ja wie viel leben gibt es denn hier sind jetzt markiert naja jetzt jetzt aber nein lass mich doch in ruhe wenn die denn und das ist ein tattoo shop auch gar nicht so ich muss eine werkstatt aufsuchen weil die karte ist fast im und vom arsch der reifen ist jetzt schon was das jetzt wieder ein laden interessant interessant ich direkt mal einkaufen gehen da ist da ja was interessant ist von manchmal bist du kinder sachen dran schon wieder laden aussieht so geht es aber nicht hier da kommt sich durch die tür die treffe mich nicht weil der fette hong davor steht oberkörper dreh dich geht ja so dass der held von steeport shirt ja was ist so ein laden um sich so dass ich eher outfits sagen eine kostüme oder so sollen genau so militär nee danke so geht es aber nicht hier eine frau beim shoppen zu der offen geht aber gar nicht ja nur rette mich bild läuft super gegen krieg und hier geht der fest weg ja das wollte er geht weg aber jetzt muss ich nachladen die behinderte lasse mich in ruhe schwer einkaufen habt ihr verstanden tschüss da ist er vollettend sondern sie war verpissen so oberkörper sachen was haben wir hier so wollte ich verarschen was richtig komplett ich muss mal hier weg ist wieder gar nicht so ist meine karre dreckigen huren macht er nicht meine scheiße hat töte mich das auch voll töte mich ich will mein auto nicht leben wo ich noch leben kann rarschlecken die karre ist schrott und ich bin tode jetzt mich zum laden noch mal hinfahren jetzt sind das ist so zwischen wirst du meine karre da ist wo es ein 8 so um hier weiter laden er komme ich weiß mal dahin dann kann ich direkt hier neben ist so ab in die kurve und wo ist der laden da vorne oder nein lass mich in ruhe ich will kein ärger haben mich schon wieder so endlich jetzt kann ich einkaufen ja gar nicht hier so an ihm nichts ja bis jetzt ist da nichts gutes so untergabe es gibt es nach ne es wird schon mal welches und outfills und schwergewichts leggings zicken krieg leggings naja da wischers da ne schuhe ich bin sie glaube ich sind komplettes outfit immer lustig outfit sort zeigern ja ist klar das ist so ja ist klar naja mir eventuell holen würde wer vielleicht würde ich die maske abnehmen weil ohne maske ist besser ja kommen aus spaß nicht mehr das hier übernehmen kopfhüte nehme ich mal hier sind klopft er ohne hut ich will ihre visage sehen ich weiß schon später will ich mich sowieso umziehen das wird sowieso fünf jahre dauern soll jetzt noch einladen hier glaube ich und zwar der hier schauen wir mal das sind gerade richtig viele gucken vielleicht kann ich weiß nicht also ein sexpuppen die verlockung ist groß wo ich weiß nicht nein ich habe die schweiß allerdings die drohne nicht an die riefer kacke ich weiß nicht so jetzt sind die gebämmt jetzt höre ich mir die puppe und dann fisse ich mich so nix für ne waffe da die waffe will ich auch haben mutterfucker nein lauf lauf bitch lauf da kommt auto geil nehme ich mir ey komm her die karre nein nein wohin wohin ey die boah fahr doch nicht weg ist doch verarschend ich die karre nehmen oder fährt die weg nein wohin gewitter nicht gewitter nicht